Ja, Dankeschön, Uri Hitsch von den Naturfreunden. Wenn er liebe Freunde und Freunde sagte, dann meint er natürlich immer, liebe Freundinnen und Freunde. So, wir gehen jetzt weiter zum BundeskanzlerInnenamt und werden dort dann unsere Abschlusskunftgebung halten. Und alle Besucherinnen und Besucher dieser Stadt, die sich jetzt hier tümmeln, bitte reihen Sie sich doch ein und kommen Sie mit uns das schöne Haus von Frau Merkel besuchen. Und dort gemeinsam zu verlangen, dass endlich Friedenspolitik von unserer Republik ausgeht und nicht immer mehr Kriegspolitik. Wir gehen jetzt weiter.